Verkauft, oder? Hä? Die Admiral-Dinger Die hab ich noch Achso, ok Warum? Ich hab meine verkauft gerade Warum? Ja, weil ich Geld brauch Ihr? Ähm, Flugleiter Funktioniert auch nicht Hab schon versucht Hab mich auf die Fresse gelegt und gestorben Der wird nicht mal ausgepackt, der Scheiß Das passiert, wenn man keine Ahnung hat Warum? Der Scheiß wird nicht mal ausgepackt Obwohl ich die Taste drücke Tja Der legt dich sofort auf die Fresse Dann muss nur... Muss schon auch nicht kommen, Alter Ich dachte, danke Huch doch zu lachen Voll auf dich lachen Dann musst du sehen, wenn du deinen ersten Flugleiter auspackst Wenn du auch richtig die Farbe knallst und dann... Du holst den Kauf Der ist dann noch nutzloser als das Boot isiaj Was denn? Jetzt lässt du was Das Boot kann wenigstens noch springen Ich musste schweben, ja? Der Flugleiter ist eigentlich mit Indekoration Hammer time. Willst du es wohl nicht anlassen? So. Ich kann mir endlich einen Flugleiter leisten. Und das ist der Flugleiter. Wo ist der Flugleiter? Wo war die Tür auf der End? Wo war das mit dem Flugleiter? Äh, das war der Laden. Der Laden, ne? Der Laden, mhm. Der Laden. Aha. Verstehst du es nicht? Ich weiß was du meinst. Der Laden. Der Laden. Aber ich suche immer noch den Laden, wo ich den Flugleiter kaufen konnte. Im Hotel nicht. Das war's nicht mal klar. Wo war denn das, Mensch? Du willst ja nicht erst auf den Gleiter, diesen nutzlosen Scheißdreck kaufen. Doch. Einfach gestreckter Eis. Du hast nur keine Ahnung wie es funktioniert. Da. Von der Klippe springen und dann G drücken. Was? Ich hab' dann auch verrückt. Wo hast du nur noch ein ganzes... Richtig mit Schall und dann war hast du... Die Link hört... Again, again und again. Wo ist dieser Gleiter nur zu kaufen? Willst du dich wohl ernsthaft auf die Fresse legen? Ich leite doch nicht an deiner G-Krankheit. Man sollte nicht unbedingt den G drücken. Vielleicht muss man was anderes drücken. Hab ich auch schon probiert. Dir ist halt gleich das Ergebnis. Alter, sag mal, wo ist dieser Kacknade hin auf einmal? Es ist so weit gegangen, dass ich diesen Scheiß, ja, umgetauscht habe und mir dafür das Boot geholt habe. Ich hab die Flutglätter gegen das Boot eingetauscht und das Boot ist ja genauso eine Scheiße. Wo du zwei Meter dann über den Tisch gezogen hast. Jetzt geh ich zurück und hol mir die Held. Und dabei... Äh... Ist es immer gut, einen Kassenbong bei sich zu haben. Das ist immer gut. Warten. Er mag meinen Style. Aber wo ist dieser blöde Laden, wo ich mein Boot ... Äh, ne, Quatsch, der Flutglätter erkriegt. Du jedes Mal... ...ein Euro kriegst. Für das... Äh, also dass du es hörst. Ja? Dass auch du es hörst. Hältest du jetzt ein Euro. Mein Else-Wort? Schwul. Dein Chang ist total gay. Er hat total andere Ufer erwischt. So, ich komm jetzt mal. Hä? Wo bist du denn jetzt? Ich nicht. Da, unter den Namen der Stadtversteck. Hast du jetzt den Gleiter? Mhm. Komm, wir zu gucken, wie du dich auf die Fresse legst. Scheiß. Wir machen die Sound-Effekte. 2 Minuten aufklatschen. Eine Freude sein. Schau mir. Alter, jetzt legt sich ein Wolf mit mir an. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Du Dreckslappen. Die ganze Zeit muss ich mich... Ja, nee. Das ist eine Attacke, Alter. Aber, wie kann ich jetzt das Teil einsetzen? Ja? Also, G geht bei mir nicht. Vielleicht doch. Geht nicht. Aber, wie kann ich jetzt das Teil einsetzen? Aber, wie kann ich jetzt das Teil einsetzen? Also, G geht bei mir nicht. Ja, ich bin schon alle durch. Ich bin bei jeder Scheife aufgeschnauert. Ja, nicht du. Aber ich kann's irgendwie... Ach ja, jetzt bin ich drauf geklatscht. Uhhh. 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 Oh, wo bist du denn jetzt? Uhhh. Uhhh. Ach ja. Uhhh. 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 Spring du Lappenspring! Als Mord los geht's! Wenn ich gehe, ist das passiert aber nichts! Ach! Ach was, da muss ich denn da machen? Genau! Ich hab jetzt noch mal den Plünder verkauft, weil ich mir noch mal den Schrott kaufen! Oh, es geht auf einer bestimmten Höhe erst! Das geht auch so auf normalen Wegen, aber ich verstehe nicht auf welche Taste das geht, ich kann es nicht mehr angelegen! Du hast es nicht mehr angelegt? Ich hab's auf Spezialgelegen! Richtig! Ja, aber danach ist auch nicht da, wie ich's einsetzen soll! Weiß ich auch nicht! Was ist das? Was ist das? Oh Wurde zerpulvert, vergewaltigt und misshandelt Oh Warten, du hast dich auf die Schnauze gelegt Du hast dich schon wieder auf die Schnauze gelegt Ich ne, ne, du Hast du erzählt Ja und Gru hast dich auch öfters auf die Schnauze gelegt Alle Müll halt Packboot Der Boot kann ich wenigstens auspacken Aber fahren tut's nicht Größte Scheiß ever Oh Oh Ich muss erstmal hier den Scheiß Laden finden Ey Nichts ausgeschildert hier Ich muss das Schild suchen Naja Wie bereit Ich muss die Schilder sein Ich muss die Schilder sein Ich muss das Schilder sein 5 Inz, ey. Boah, ey, Leute. Hickelkotz mir. Inz nicht. Scheiße, Alter. Nichts ausgeschildert. Schweinerei. 100 Millionen Inz, aber nix. Ausgeschildert, ey. Ich habe ja auch gesucht, aber ich habe es dann noch gefunden. 100 Millionen Häuser, die unnötig sind. Rüstungskacke. Inz. Ah, da. Ah. Ah. und Das war's für heute. Das war's für heute. Fies, das Schwank kann ich nicht ergreifen. Ich hab zwar das Ding, aber dafür kann ich's nicht einsetzen. Das ist ja sehr nett. Ich hab' vergessen bestimmt irgendwas zu drücken. Oder man muss sich eine Einweisung holen dafür. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's gesagt, wir sehen uns dann an diesem Punkt wieder. Und versuchen dann, das hinzukriegen, dass wir endlich mal fliegen. Und nicht auf die Schnauze, wie's vielleicht schon Cedric passiert ist. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ......